Hi, ich bin Peter von der Firma Friedi aus Stuttgart. Wir machen Spezialsoftwarelösung und zeigen euch hier in Halle 4.0 an Stand H37 Universe. So, was ist Universe? Habt ihr vielleicht noch nie gehört? Wenn nicht, wird Zeit mit Universe steuert ihr also ziemlich alle Geräte, die es im Show- und Eventbereich gibt. 75 Geräte haben wir schon und es werden immer mehr. Und wir versprechen euch, es ist eine Software, bei der ihr keine Zeit damit verschwendet, zu erlernen, wie sie funktioniert, denn sie erklärt sich praktisch von selbst. Ihr könnt damit Medien-Server, Licht, Videopulte, Mischer, Matrizen und so weiter sofort steuern. Ihr könnt Protokolle konvertieren, einfach mal hier von Media of DMX gehen. Ihr könnt auch mal so ein paar Hardware-Knöpfe drücken und steuert hier so einen schönen Analog-Exkender und ihr könnt sogar Popcorn machen. Kein Witz, wenn ihr das nicht glaubt, kommt vorbei. Dieses Popcorn wurde von Universe gemacht und wenn ihr uns zeigen lasst, wie es funktioniert, kriegt ihr auch eine Portion. Und das Prinzip ist wirklich vom Operator für Operator. Wir kommen alle aus der Eventbranche, wir waren und sind alle draußen gewesen, haben selbst operated und wissen, wie schwierig es manchmal sein kann, einfach zu erkennen, welche Protokolle, welche Interfaces bieten die Hersteller an, um ihre Geräte, ihre Medien-Server zu bedienen. Und deswegen gibt es dieses eigentliche Interface. Baut euch wirklich in Sekunden Interface, was euch die Arbeit im täglichen Leben erleichtert. Es ist ideal gemacht für den Live- und Event-Bereich, unter Festinstallation. Es ist euer Schweizer Taschenmesser und es wird euer Leben enorm erleichtern. Das ist kein Quatsch, sondern die Meinung unserer Operator, die seit fünf Jahren damit arbeiten. Kommt vorbei, wir sind zum allerersten Mal überhaupt auf einer Messe. Wir wollen euch kennenlernen, lernt uns kennen und wir sehen uns hier, Halle 4.0, Stand H37. H37.